Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Extinction. Wir haben ein bisschen aufgerüstet und haben zufälligerweise sind uns hier ein paar nette Spielgefährten vor die Füße gefallen. Wir haben uns mal überlegt, dass wir das Endgame euch zeigen wollen und haben uns mal ein paar Titanen hier an Land geschafft. Der Smitty der sitzt auf dem höchsten Titanen, den wir mehrfach versucht haben zu zähmen oder zu töten vielmehr, was jetzt nicht ganz so einfach war. Der Wilde ist auch mit dabei, der hat den Waldtitan. Jawoll. Wir wollen euch trotzdem das Endgame zeigen und vor allem auch selber mal ausprobieren. Die Farmerei dahin und das Gameplay, wir müssten halt, ich glaube erst mal zwei Wochen Farm einlegen, bis wir mal schaffen so einen Wüsten-Titan alleine nur zu töten, geschweige denn zu zähmen. Ne, haben wir uns gegen entschieden. Wir gucken uns das jetzt mal in aller Ruhe an. Haben uns halt mal jeder so einen kleinen Titan hier gespawnt, damit wir mal ein bisschen das geile Gameplay auch erleben können. Was machst du mit deinem Schwamm da? Nix. Der schlägt einfach rum. Okay. Und wir hauen uns erstmal hier so einen Lila-Lootrop rein. Richtig. Du hast gar nicht, wie ich den Schwamm befehlen kann. Noch weiß ich nicht. Der schwört um mich rum. Finde ich gut. Und gucken mal, ob wir ihn diesmal schaffen. Wir sind ja schon mal versinnlich bei einem Lila-Lootrop gelandet. Diesmal ist es voller Absicht. Ich komme nicht hoch, ey. Glaubst du das? Also ich finde es hier oben ganz gut. Ja, ja. Ich glaube dir das. Der ist auch im Vergleich zu allen anderen relativ zügig unterwegs. Wir gucken einfach mal. Hi. Da kommt schon einer. Schon eine gespawnt. Und nicht doch, ey. Was hat man denn hier für eine Ansicht? Kann sein, dass es an diesem Scheiß... Kraftfeld hier liegt. Das ist schrecklich. Ah, sehr gut. Oh. Muss mich mal umdrehen. Ja. Er greift gerade gar nicht. 20. Immer schön rumkritzeln. Das ist schon spaßig gemacht. Ist gar nicht so einfach, etwas zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Da war alles erstammt, was das Zeug hier drin ist, ey. Ja, ich konnte auch mal irgendwie schlagen, aber... Irgendwie war es nicht. Ne, ne. Ich glaube du kannst... Ja. Wir greifen und dann treten. Oh, mutierter Wechsel. 301, ey. Ich freese mal alles ein bisschen rein, hier. Wie viel Schaden haben wir denn gemacht eigentlich, oder verhindert, oder? Ich habe keine Ahnung, ich steige jetzt aber hier nicht ab. Verstehe ich nicht. Bei dir ist es auch schlecht mit absteigen, ne? Bei mir? Wenn ich hier absteige, kommen wir hier nie wieder hoch. Da kommt ein Rockdreck. Das wäre ein Rockdreck. Rockdreck ist an dem Ding dran. Ja. Ich komme da nicht so ganz runter. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach du, du. Was ist das mit am Blitzen? Dann waren wir zu. Scheiße. Oh, ich kann mir da nicht zuhauen hier irgendwie. Da kommt eine ganze Armada hinter sich. Mit der Weide angestammt. Dann wäre es gut. Ich könnte mal irgendwas machen. Jetzt. Übrigens muss man... Schaden nimmt man ja hier nicht so viel, ne? Ja. Junge. Parasair Level 500. Ich weiß nicht, ob wir müssen durch hier. Ich frie mal. Ich frie mal. Alter. Mein ganzer Bildschirm ist gelb. Ja. Lebt da noch was? Kann unser Flugobjekt das erkennen? Und wir steigen dann noch Schadenszahlen auf, ne? Wir müssen den auch zwischendurch irgendwie looten, ne? Sonst geht es immer weiter hier bei der Lille, glaube ich. Ja. Was würden wir meinen? Das ist einer von euch muss absteigen. Ich sag's noch mehr. Naja. Ist auf jeden Fall keiner mehr dran, oder? Sieht mir nicht so aus. Aber es fehlt bestimmt noch einer, oder so. Wie so häufig. Na gut, dann könnte ich aber wahrscheinlich mal kurz absteigen. Ich bin abgestiegen. Ich hab mein Vogel ja dabei. Achso. Okay, sehr schlau. Das ist eben auch nicht, was ich mit C für einen Angriff mache. 800 Kumpen. Achso, das ist ja nur... Ein verbleibender Feind, Welle 1. Ah, ja, okay. Wie viele Schaden hat er noch? Oder geht er noch? 74.000 von 100.000 hat er noch. Geht's ja gerade noch so. Ja, also machen wir den Feind noch weg. Eine Welle noch, und dann gucken wir mal rein. Würde ich sagen. Wenn wir wissen, welcher Feind das ist. Problem ist, diese Blitze zu steuern. Das ist gar nicht so einfach, ey. Ja, das glaube ich wohl. Ich bin gerade zwischendurch ein bisschen zugebissen. Das war viel besser. Hier ist noch so ein kleines Strike hier. Vielleicht habe ich da mal ein bisschen drauf rum. Trifft bloß nicht. Ich sehe auch nicht viel hier oben. Das war ein Dilo, der war es wohl nicht. Hier ran, oder? Jetzt hört sich's gut an. Oh, jetzt hört sich's gut an. Oh, schnell wieder zurück. Was heißt hier schnell? Jetzt kommt ja schon die nächste Welle. Dreh dich, du ste... Jetzt kommt schon ne Wuran, ne Wuran. So, dann steig ich mal lieber wieder auf. Besser wär. Besser wär. Jetzt weiß ich ihm zu, dass Schwarm gut ist. Oh. 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 Jetzt kann ich mich irgendwie gar nicht mehr bewegen. Naja, jetzt zeug ich wieder auf dem Boden Kontakt. So und rauf Kann mich irgendwie nicht bewegen Ja Können wir auch noch Du behinderst uns ein bisschen Ich? Ja Entschuldigung Muss man irgendwie hier so ein bisschen So Ist gar nicht so einfach mit den sperrigen Viechern Da knabbert noch was dran Ja, ja, ich drehe mich gerade Ich habe es schon erledigt Ah, sehr gut Da kommt noch ein Rex Ah, verdammt ey Ich komme ja nicht hin irgendwie Ich kann ja nicht nach vorne laufen Wahrscheinlich war ich hier Ja, ich habe wahrscheinlich an irgendeinem Tillo geahnt Oder so Kommst doch nicht drüber Nein, nein Wie auch Treffe ich den denn? Nein Ich schlag doch mal mit beiden Preußen jetzt Ja, sehr gut Da knabbert noch irgendwas Kein Vogel ist da noch Ja Ich glaube es ist ein zweites Vogel Ja Der mischt es auch mit Der wird auch was haben Was zur Hölle macht dein Vogel Der hat den auf Ziel Zielangreifend gestellt Achso, absichtlich? Ja Das könnte es doch nicht gewesen sein Gerade das letzte Strike Ich weiß nicht wie viel noch ist Wollen wir aufmachen die Büchse Oder was? Komm mal rein, ja Sondern noch das letzte Leib vielleicht Ist ja noch gerade so in Ordnung Warte Ich muss noch mal auf meinen Vogel warten Wo ist er, wo ist er, wo ist er Da ist er Da kommt er Oh nein Oder auch nicht Oder auch nicht Aber halt mal deinen Vogel bei dir Nach der Runde müssen wir dann Da kommt schon wieder was Haufen, umgelaufen Oh ja, Reaper King ist ohne Ende Ja, wunderbar Das geht ja hier wie es ein Mäuse melken Alter Schwede, wie sie was lösen Kleiner Frosty Das ist eigentlich ganz cool hier Was sagt denn eigentlich eure Gesundheit von Herrn Gitanen, alles Sie steigt weiter Ah, einfach Ja, ich weiß nicht Die Das ist eigentlich Das ist eigentlich Oh mein Gott, was ist denn da? Oh nein, da ist ja nur noch eins von hinten. Ja. Die Plätze müssen sie immer wieder aufladen, deswegen muss sie sich um welchen Waren. Ich habe meinen Titan jetzt einfach mal auf aggressiv gestellt. Ich bin jetzt auf dem Vogel. Ja. Kann einer sehen, ob hier noch was ist? Ein Trike kommt gerade noch angelaufen. Äh, doch, ne. Ne, sonst sehe ich jetzt nichts weiter bei mir. Irgendwo gibt es noch 8000 Schaden, aber ich weiß nicht an wem der was macht. Was sind die ganzen Blitze hier, oder? Ja, ne. Die hier nix mehr. Da kommt ein Kanon. Das ist dann aber auch tot. Der Schwaben macht es ja nicht. Runter, 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 eine Loot. Jetzt. Der Schwaben macht es automatisch. Ja. Ist gut gegen Luftabwehr, sag ich dir. Der gegen die Viva ist das top. Steck dir die Tasche voll. Eject. Eject Items oder irgendwas. Ne, ein verbliebener Feind. Welle 3. Ja, ok. Dann bleib unten nicht. Da hinten ist ein Kanon. Kannst das mal blitzen? Ah, ist hinter dir. Da kommst du nicht hin. Dann muss ich mir jetzt drehen. Warte. Ne, dann mach ich. Ok. Vielleicht ist es das, vielleicht nicht. Das war aber nix. Jetzt dürfte es gleich geblitzen werden, wenn es nicht ist. Ne, ich krieg es nicht so gut. Ne, das war Level 5. Das war es nicht. Oh, ne. Ist ja blöd jetzt. Habt mal den Loot im Auge, nicht? Ist das gleich irgendwie... Wie er hier hängt. Was kommt, meinst du? Ja. Ist gleich dann doch irgendwie die neue Welle startet, weil sonst wieder aufgegangen ist das Vieh. Aber wenn kommt die Melodie dann? Wissen wir ja Bescheid. Dann hast du ein paar Sekunden immerhin. Ja. Welle 4. Na, Feinde nähern sich. Ja. Jetzt kannst du was machen. Nö. Wie viel Leben haben wir noch? 31.000. Oh oh. Und... Aber eine Endwelle steht da nicht. Ne, ne. Da gibt es keine Endwelle. Schnell weg. Die Vivern kommen. Ja. Jetzt packe ich hier in meinem Titan fest. Wow. Das könnte eng werden. Ja. Mach was. Reicht doch. Meiner aber nicht. Ja. 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 Wir sind nicht. Ja. 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 Ich versuch's mal. Verdammt Muss man auch in ganz bestimmten Winkel gucken Dass man anständig zuschlägt Das wird wohl nix Es ist machbar, aber keine Ahnung wie wir da rankommen Wenn du nix ejectet kannst Hinter mir sind so viele wieder Könntest du mal sitzen da? Okay, sehr gut So Das war eigentlich nur noch ein paar Stegos da Geh doch mal bitte rückwärts Hallo? Kann der nicht rückwärts gehen? Ich kann nicht rückwärts fliegen, ich weiß nicht ob dir das hilft Aber Ich steige mal ab hier Hier ist noch ein Stego bei mir Ich hefte ihn nicht Jetzt Hast du? Oha Na gut Mein Vogel ist dann auch weg Oh Hat tapfer gekämpft Der hat von den mutierten Dingens leider keine Chance Ich kann hier gar nicht drauf zugreifen Nee, konnte ich auch nicht Vier verbleibende Feinde Gott, ey, ist das sehr dramatisch hier unten Das Ding ist aber auch bald im Arsch Drei verbleibende Feinde Pass Pass bitte auf mich auf Ich achte die ganze Zeit jetzt auf den Job Der hat nur noch 5.000 Leben Nächste Runde ist er weg Wenn wir es jetzt nicht schaffen, war es Da ist es Da kommt was an Da kommt Zweifel des Ja Ja Und dabei immer noch drei verbleibende Feinde Oh mein Schwarm Fliege ich immer im Kreis hier rum Mein Schwarm schwärmt aus Dein Schwarm schwärmt aus Und holt alles weg Egal was es ist Aber Anscheinend nicht das Richtige Zwei verbleibende Feinde Vielleicht muss man auch erst ein paar Willen schaffen, bevor man das Ding aufmachen kann Wir wissen es nicht Richtig ärgerlich ist, wenn es dann die fünfte Welle wäre oder so Ja Wie jetzt dann Nach hinten los geht Die sucht noch Immer noch zwei verbleibende Feinde Hm Ich sehe nichts Ich kann hier nicht weg, weil genau in der Sekunde geht es wahrscheinlich Ja Wahrscheinlich Bleib einfach davor stehen Ja Oh einen habe ich wohl Natürlich der Raptor hat 145 Oder nicht Oh hier ist was Hilfe eine Reaper Queen Hilfe Ich kann nicht so schnell Ich muss das hinkommen Also wir verlieren jetzt Weg ist sie Da kommt doch mal Jetzt Leute Dann auf Wiedersehen Jetzt kann ich auch gar nichts mehr angehen hier, oder? Jetzt kommen die neue Wände schon Okay, soviel dazu Ich hätte ja gern was Injected Aber ich weiß nicht wie das funktioniert Ja Ich versuch dir ein bisschen in die Rücken freizuhalten. Ketze? Das wars. Achso, kaputt. Naja, das war ja so... nach so Mitteln. So sehen wir ja voll gleich. Wir konnten es locker aushalten, aber wir haben nichts gekriegt. Jo. Schon da eigentlich. Gut, keine Ahnung wie das funktioniert. Wir machen es auf jeden Fall jetzt nochmal auf. Ins verseuchteste aller verseuchten Gebiete. So sieht es aus mit schönen doppelter Dino in Saal, damit es auch spaßig wird. Na ja, das stimmt. Extra nochmal schön doppelte Dino in Saal. Und ja, ziehen uns jetzt nochmal den Endgegner rein. Und dann sind wir auch bald am Ende von unserem Let's Play angekommen. 2-3 Folgen noch. Ja, nachdem wie lange der Weg jetzt dauert. Aber... Einen gucken wollten wir es dann wenigstens vorher nochmal. Und dann machen wir jetzt erstmal Schluss hier für diese Folge. Und latschen schon mal Richtung... Ähm... Ja, dem schwer verseuchten Gebiet. Mit den 1000 Gigas irgendwie fahren. Da bin ich mal gespannt wie wir da durchkommen. Ich hab 30.000 eben verloren. Ne. Doch. Ja, dann ist natürlich Schluss, ne? Lustig. Da haben wir doch 260.000. Das sagt man. Na bis dahin hast du vielleicht schon wieder ein bisschen was aufgeladen. Ja. Gut, wir latschen mal los. Und äh... Sehen uns dann hoffentlich in einer nächsten Folge wieder. Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Denkt an den Daumen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.